Das Apartments Los Naranjos liegt in Sagar in Menocker. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Das Hotel bekommt 2,6 von 6 Sonnen und scheint in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial aufzuweisen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 12 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Lage des Hotels ist in den Augen der meisten Gäste zufriedenstellend. Es werden 3,2 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Die von den Gästen vergebenen 3 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten viel Raum für Verbesserungen. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,7 von 6 Sonnen. Service. Einige Gäste sind mit dem Service unzufrieden und bewerten das Hotel in diesem Punkt mit. Durchschnittlich 2 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.